tägliche operation im voltech medwurst nie wie trust medwurst hallo medwurst von böse offensiv hat diese emuls ah boah ist das hier eisig krass krass hab ich eigentlich schon hallo gesagt hallo hallo wo denn ich komm schon wieder gar nicht mit aber mach es leise wenn du zu laut bist wirst du überrannt eh du dich versiehst ja ist ok krass wo ist er hin einfach hinterher laufen ich glaub das ist das beste was ich machen kann und schön der macht das auch mit dem ist das auch der redspalter oder hat der so eine geile so eine geile hier äh wie heißt das denn? Kettensägel? ne hier nicht wo denn? na wo denn? kommen wir hier nicht her? ach so ja hm pazifist vor allen Dingen na komm alles hergeben hahaha geil oh wir kommen in der eiszeit übel ich komm dir hinterher einfach lauf du mal und ich kann die irgendwie gar nicht anvisieren warum kann ich die nicht anvisieren? hä? versteh ich nicht weil er im weg ist? oder? oah ich bin auch viel zu langsam ey hä ich schieße und die sind schon alle dumm ja ist ja auch ok ne wie so lang viele und schöne gegner ach soo könnten wir ja eigentlich auch getrennt machen ne? ich bin ja auch gepasst ah ich bin da durch vereist ich könnte ja auch mal gucken was gibt es hier noch irgendwie so was schönes zum mitnehmen hier nö 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 dann nicht jetzt ist er sowieso weg jetzt komm ich gar nicht mehr hinterher hm da ist irgendwie ruht ne? da ist ruht am Boden da drüben da ist doch was hier ich will das hier aber noch mitnehmen hier da ist er bleib hier oh cool einer der gegner in der nähe müsste den Code haben den wir für den Abfänger brauchen ich hab kaum informationen also musst du das selbst eingrenzen ok dann müssen wir mal hier so hin ne? hier so wo ist er? we trust in irgendwas we trust wieso? oh oh die sind aber echt heftig 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 sind die heftig boah übel ja still und heimlich ha ITP hab ich noch wa? boah ich hab gegen ihn ja aber wir sind noch nicht fertig du musst noch eine Gruppe erledigen ich sammle informationen zum Code ok haha ich komm sowieso nicht voran boah heftig hübel ey richtig eisig guck dann dann geh ich jemand anders hinterher dann lass uns das mal zusammen machen hier wo hä? wo ist er denn? da ist er hier drüben lag da gerade irgendwas nicht nix für uns aber das können wir mitnehmen oh Radix sehr schön oh Gott ist sehr schnell oi Junge au 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 haha geil alle doof ne hier mit muss nicht boah ist das fies ihn so zu nennen nur weil ich mich vorhin verlesen hab ey we trust haha da hab ich mich aber heftig verlesen wa? übel tisch 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 und weg haha der weiß gar nicht wie mich schießt schön oh da ist noch einer kriege ich den? uah wat war dat denn? oh wie der humpelt ey der hat sich selber kaputt gemacht krass und wie ja jetzt sind meine ganzen Buffs wieder weg boah wie schnell die sind habt ihr das gerade gesehen? boah heftig guck guck haha richtig krass boah jetzt aber hier so langsam so langsam geht's doch oder nicht? rumsteht oh er ist noch einer hier 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 aber hier ist einer weg 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 haha boah ey da kann man sich ja eigentlich schon fast wieder töten lassen so wie die tipee wo 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 denn? da ist er so hier zack 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 weg 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 mit dem mausel hier oh geh da doch mal weg cupcake cupcake ja sauber wie heißt die? cupcake ninja cupcake medwurst oh man ey ich quatsch aber auch wieder ein quatsch quatschi quatsch was ist den würdest du nicht? öh ernsthaft? da willst du hin? komm ich will deinen hin wo noch? jo lass mich mal mit dem allein ey boah wie gemein hat er bestimmt nicht gesehen ey voll fies zack zack ey und ich klemm da voll zwischen den tischen ey ich cholans voll vereist voll fett vereist noch einer noch noch ein paar ausschalten Warum denn immer noch mehr und noch mehr? Ist hier nicht mal ein schönes Magazin? Nö. Ist ja gemein. Gibt es hier wenigstens was zu trinken? Nee. Das andere ist leer. Gibt es hier vielleicht ein Rezept oder so? Nee, auch nicht. Ach, wie schade. Das hätten sie ja mal ruhig machen können. Hier sind irgendwie die Spiele. Schön. Manche hier schön Musik anmachen und die hierher locken. Moment, hier war doch gerade was. Ey, immer auf mich. Geh immer weg, ey. Sie sind ja eingeeist. So was Gemeines. Ey, was ist denn jetzt schon wieder? Was hier auch immer hängt. Komm, ich komme dir mal hinterher. Oh, wie fix sie ist. Sie trägt bestimmt überhaupt nichts. Hier, das können wir alles mitnehmen. Oh ja, das nehmen wir auch mit. Und das nehmen wir mit. Ach, immer wenn da? Nee, doch nicht. Das aber. Das möchte ich auch noch haben. Und das auch noch. So. Wenigstens mal, wenigstens mal volle. Nee, sonst sind die ja mal leer. Ist hier noch was drin? Äh, nee. Das brauchen wir nicht. Wo ist sie denn jetzt hin, ey? Ich sehe aber auch nichts Rotes da irgendwie, ne? Auf der Map. Ich gucke ja jetzt. Ich gucke ja jetzt auch schon ein paar Mal öfter, was die Map so zu mir sagt. Ich höre ja oft das, was ihr mir sagt. Also nicht immer, aber immer öfter. Ich gehe jetzt erst mal gucken, was für ein Loot ich hier brauchen kann. Und vielleicht kommt mir ja jemand entgegen. Hier, was ist das? Kleber? Kleber, 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 kleber. Davon brauche ich immer ganz viel. Immer wieder. Ach, hätte ich mir den mal am Anfang doch ein paar mehr mitgenommen und aufgespart. Dann sammeln wir das jetzt. Ja, okay. Wo hier? Hier ist jemand dunk. Cupcake ist dunk. Och Mensch. Wo sind wir denn hin? Hier geradeaus war... Ganz knapp. Hier irgendwie, wie da unten oder da oben? Ist das einer hier? Mal versuchen, anzusteigen. Gehst du kaputt? Komm, einen noch. So schnell hier einsammeln. So, sehr schön. Wo, war da jetzt noch einer? Der zuckt. Ja, so würdest du es machen. Ja, dann komm her und zeig mal, wie du das machst. Immer hier von der Ferne großen Rumeiern, ne? Groß Rumpall labern. Und uns hier mal reinschicken. Moment, hier geht's essen. Und trinken. Und jetzt muss man hin. Und jetzt muss man hin. Geh zum letzten Abhänger. Ich denke, man war auch noch weg hier da. Ja, alles. Alles hergegeben. Oh, was war das denn jetzt? Und der steht da. Hallo? Übel. Ach, da auch noch. Und da ist ja noch einer. Oh, krass. Und da hinten? Ne, das war, glaube ich, Ninja. Cupcake. Cupcake Ninja. Ich würde gerne wissen, wie wir jetzt. Operation beendet. Achso. Danke, dass ihr denen das mal klar gemacht habt, Team. Also, ich bin dann raus. Okay. Sehr schön. Ich glaube, dann haben wir alles eingesammelt hier, oder? Oder fehlt noch irgendwas? Haben wir schon nachgeladen für die nächste Operation? Ja, ich glaube, eine reicht am Tag. Ist das zu Papier? Oh, Gott. Ich glaube, damit sollte man sich den Bobbis nicht mehr abwischen. The Bobbis. Aber wir nehmen hier das. Das nehmen wir mit. Geh doch noch. Ich nimm das doch mal. Hä? Kannst du das nicht einsammeln? Weil die Operation vorbei ist? Fies. Ich will das Klebeband. Oh, ist das gemein. Kann man das nicht sonst ab... Äh, äh. Wenn man es abgeschlossen hat, einsammeln die Dinger? Doch, hier schon. Hä? War das nur Deko? Deko-Klebeband. Ist das fies, ey. Ich will das Klebeband noch haben. Ich kann ja einmal zurücksausen und nochmal gucken, ob es jetzt geht. Ich glaube, man hat immer so ein paar Sekunden, wo man das alles nicht einsammeln kann. Nee, stimmt. Aber dann hätten wir das ja auch nicht einsammeln können. Das ist ja wirklich seltsam. Sind die schon alle weg? Und was ist hier... Was ist das denn? Medizinerische Asyl. Tja. Sicherheits... Ach, Türsteuerung. Ach so, ja. Nee, das brauchen wir ja nicht. Oh, ist das nicht hübsch hier? Jetzt taut alles. Geil. Das wäre ja cool, wenn jetzt hier noch Monster irgendwie rumflattern würden. Ah, perfekt. Da ist noch eine Schraube drin. Gut, dann können wir jetzt aufhören. So, Abschlusszeit. 8 Minuten. 54 Sekunden. Was sind wir? Oh. Schade. Schade, schade. Aber cool. Aber cool. So, was haben wir denn hier schön? Oh, 10 Legendärscheine. Geil. Das Killers Raider Powerrüstung. Oh, da fehlen mir auch noch ein paar. Für meine andere Powerrüstung. Sondern haben wir das Zauberers Weisheiten. Ja, super. Geborgenes Solarmodul Bauplan. Oh, das ist schön. Ja, weg. Ach, hier. Gut. Dann schauen wir doch mal. Ob wir den Bauplan schon kennen. Aber ich gehe mal von Nein aus. Das klang mir nicht vertraut. Aber ich denke ja ganz oft bei Bauplänen, dass ich den nicht kenne. Ich habe ja schon so viele gelernt. Und es fehlen trotzdem noch so viele. Im Moment kaufe ich bei Crater die für den Bogen. Obwohl ich jetzt auch nicht weiß, ob das jetzt irgendwie was bringt oder nicht. Oder ach so, anders kommt sie rum. Da. Das kennen wir noch. Oh, hier haben wir noch Ambus. Und dann haben wir noch. Oh, Amor Quarki Schild auch noch. Oh, und eine Lockente. Und Wendigo Colors Volley. Aha. Und dann haben wir noch Whitespring-Wüsten. Ach, das hat irgendjemand, glaube ich, weggeworfen gehabt. Deswegen sind es auch elf Stück gewesen. Noch voll heftig. Ich glaube, ich werde die auch demnächst günstiger reinstellen. Ich kriege die auch ganz oft geschenkt. Deswegen, warum soll ich die so teuer verkaufen? Ach so, und dann, genau. Und dann muss ich auf jeden Fall hier wieder zurück. Ach so, ja, nee, das nicht. Lass sie da immer wieder, dass ich meine nächsten Ballon platzen lasse. Wollte sie sagen. Weil heute ist nämlich daily, also tägliche Aufgabe, dass man irgendwie Alkohol herstellt. Und jetzt bin ich am überlegen, ob ich da oben jetzt noch ausbaue, weil das hatte ich nämlich schon ein paar Mal. Und da braucht man ja so viel Klingenkorn. Ob ich da nicht noch ein bisschen mehr Klingenkorn oben anpflanze, ne? Also 20 Stück braucht man sozusagen für zehnmal herstellen. Und auch noch zehn Mais. Deswegen. Und das ist natürlich hier ein bisschen wenig dann, wenn ich sechs Mais habe, wo ja auch nicht immer was dran ist. Gerade wenn die anderen sich das ja auch pflücken. Und hier mit acht Klingenkorn komme ich irgendwie auch nicht weit, ne? Ich glaube, das werde ich nochmal ein bisschen mehr machen. Hier habe ich schon ein bisschen frei gemacht. Da können wir ja mal schnell zusammengucken, ob da noch was... Ja, neu machen wir später. Neu machen wir später. Wo ist denn jetzt hier... Da, Nahrung. Und zwar das hier. Das ist Klingenkorn, genau. Und zwar muss man das irgendwie hier ganz hinten, ganz hinten hinbauen. Na? Damit man hier auch noch einen hinbauen kann. Seht ihr, wie viel Rot das ist? Das reicht sogar nicht mal ganz, oder? Ne, Tatsache. Der muss noch ein Stück weiter. Damit ich hier auch noch einen hinpflanzen kann. So. Sonst geht das nicht. So, wie viele habe ich denn jetzt? Zwei, vier, sechs, acht... Ja, zehn Stück. Das ist gut. So. Und dann mal hier schön zur Braustation. Guck mal, eins herstellen wenigstens oder zwei? Zwei sogar. Sehr schön. Cool. So, und dann können wir den gleich in den Gerbbottich hauen, damit das schneller fertig ist. Hier, zack, zack. Na, das auch noch. Und das können wir rausholen. Und das auch. Das ist dann schon fertig. Sehr schön. Dann haben wir schon zwei von... Ja, zwei von zehn, ne? Challenges. Da. Vier von zehn. Vier von zehn sogar. Ach so, stimmt. Hergestellt habe ich schon. Aber damit die dann noch schneller fertig sind. So rum. Okay. Ja, das andere, das war ja alles ein bisschen sehr einfach, ne? Das ist aber gut. Töte ein Bendigo. Aber nur für First. Das wäre ja auch lustig gewesen, weil Töte ein Bendigo im Clownskostüm, ne? Hatten wir ja auch. So, schließe tägliche Operationen in einem öffentlichen Team ab. Vier von fünf. Yes. Morgen habe ich das spätestens. Und Erfahrungspunkt, das finde ich auch so geil, ne? Wiederholbar unter Rang 100. Und ich bin ja schon irgendwie 100, weiß ich nicht, 117 oder so. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr, äh, sehr, sehr hochschwung. Was haben wir denn? Zwanglos, zwanglos. Nehmen wir hier zwanglos auch. Team ist voll. Hä? Nehmen wir das. So, was können wir denn jetzt noch Lustiges machen, wo wir sowieso gerade hier unterwegs sind? Öffne den Spind und... Ne, genau, ich wollte doch hier eigentlich einmal mit euch langlaufen. Bei der Teekanne ist nix. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier hin. Dann ist nämlich ein bisschen günstiger. Da kostet ja nix. Habe ich vorhin auch schon nicht mehr dran gedacht, ne? Voll Geld ausgegeben und gleich daneben. Ne halbe Minute laufen wäre dann quasi kostenlos gewesen. Also ich hätte nur ne halbe Minute laufen müssen. Ungefähr. Aber man ist dann ja auch manchmal sehr bequem. Und ne, deswegen wollen wir da jetzt hinlaufen oder teleportieren? Ach, wir teleportieren uns jetzt. Hier, fünf Kuhnkorken. Das geht. Das geht schon. Ich würde überlegen. Ich spare ja jetzt auf dieses eine Rezept von der Bruderschaft, welches ich mir dann hole. Beutelstier macht, glaube ich, gar keinen Sinn, weil das will zwar jeder haben, aber das hat, glaube ich, auch so ziemlich jeder. Ich glaube, da sollte man sich vielleicht ein anderes holen. Das muss ich nochmal besprechen. Das muss ich nochmal besprechen mit meinem Suchan. Mit meinem Suchan vor allen Dingen. Mit meinem Kollegen hier, mit meinem Spieler-Kollegen. Mit meinem Bro. Mit meinem Gaming-Bro. So, dann wollen wir mal schauen, ob es hier irgendwie was gibt. Ja, hier liegen ja auch schon wieder welche rum. Cool. Luca Sherry. Das sah gerade aus wie eine Zeit, so viel Comic. Ach, wie schade. Doch nicht. Gut, wir lassen die Schrotflinte auf jeden Fall mal draußen. Ich dachte gerade, das wäre eine Werkstatt. Das wäre auch noch lustig. Werkstätten fehlen uns, glaube ich, jetzt noch viel. Man muss ja jede einmal eingenommen haben. Und was mich so wundert, ich hatte doch letztes Mal ein Foto von der Meierlöck-Königin gemacht. Und ich hatte nochmal geguckt bei den Challenges. Das wurde nicht gezählt. Es gibt nämlich doch tatsächlich eine Challenge, wie bei, könnte man eigentlich auch sagen, wie bei der Zelda-Challenge. Wo man hier die ganzen Pilze und die ganzen Monster und so fotografieren muss. Dann wird das ja eingetragen. Und dann kann man gezielt in der Welt danach suchen. Jetzt muss ich mal ganz gut schauen, wo das war. Und das war, glaube ich, bei Kamp. Oder? Weil es ja um Monster geht. Muss ich mal schauen. Zerstöre, zerstöre. Zerstöre, verwerte. Töte, töte, töte. Hier gibt es übrigens Töte einen gesuchten Spieler. 75. Da kann ich euch das doch irgendwann vielleicht nochmal zeigen. Also das, ne, mit dem Abschluss und so. Aber ist ja eigentlich auch egal. So, was ist hier denn eigentlich noch dabei? Ja, ein Behemoth, ein Supermutter, ein Behemoth. Das habe ich letztes Mal irgendwo geschafft. Das war aber auch irgendwie wirklich nur Zufall. Brandbestienkönigin. Ha, die habe ich doch schon längst. Legendären Yogai hatte ich eigentlich auch. Und zerstöre einen Wertigort. Na gut, das noch nicht. Aber ich wollte jetzt ja eigentlich was anderes reparieren, modifizieren. Wo war das denn? Das muss ja... Oder war das hier? Benutze den... Ah, hier. Benutze den Fotomodus. Äh... Nein. Da. Fünf Stück fehlen uns noch. Oh, 21 sind das sogar. Krass. Welt vielleicht? Sammle. Ah, hier die Welt wahrscheinlich. So, schließe. Verwende... Hä? Ich hätte das vorhin einmal suchen sollen. Das muss ja... Das muss doch hier irgendwo sein. Ja, dann muss das doch... Ich gehe jetzt mal ganz kurz durch. Oh, das tut mir auch gerade voll leid. Töte Brandbestien. Töte Verbrannte. Töte verschiedene Arten taffer Feinde. Zerstöre Roboter. Hä, wo... Aber... Das muss doch hier irgendwo sein. Wenn ich das jetzt nicht finde, dann schneide ich das raus. Aber das war vorhin auf jeden Fall irgendwo drin. Repariere. Starte eine Atom-Rakete. Töte Brandbestien. Töte Verbrannte. Töte Verbrannte. Töte Verbrannte. Töte Verbrannte. Töte Verbrannte. Töte Verbrannte. Oh, heftig. Verwehrte Hüte. Zerstöre Roboter. Zerstöre Roboter. Zerstöre Roboter. Ja, und das ist ja alles abgeschlossen. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Hier vielleicht. Achso, hier. Der Fotomodus nochmal. Belebe Spieler wieder. Inner Ash-Di-Brigion. Cranberry. More Savage Divine. Toxic. Vielleicht interessiert das ja auch jemanden, was es hier so für Aufgaben gibt. Das tut mir wirklich leid jetzt. Das muss dann ja hier sein. So entdecke. Finde Holubänder. Hacke Terminal. Sammle und so weiter. Sammle irgendwas. Schließe. Da, schieße. Da ist es doch. Schieße mit deiner Kamera. Fotos. Verschiedene Arten von Kreaturen. Hier. Gluböhmchen. Fuchs. Frosch. Das Monster von Grafton und so weiter. Und das steht aber Null. Und ich habe hier noch keins abgeschlossen. Obwohl ich das ja schon fotografiert habe. Keine Ahnung. Oh, das tut mir voll leid, ey. Jetzt haben wir hier voll gesucht. Oh, weia. Aber jetzt habt ihr auf jeden Fall mal ein paar Challenges gesehen. Vielleicht stelle ich die ja irgendwann mal anders nochmal vor. Mal schauen. Ich weiß es nicht. Vielleicht mal mit meinem zweiten Charakter. Und dann gehen wir die Challenges einfach alle komplett durch. Alle einzeln. Für jede Challenge mache ich mir einen neuen Charakter. Oh, voll übertrieben. Geschichten am Lagerfeuer. Ich wollte das hier eigentlich mal aufdecken. Ich laufe ja schon wieder komplett falsch. Oh, jetzt habe ich wieder so viel geredet. Ach, eigentlich habe ich gar nicht so viel geredet. Eigentlich habe ich nur besucht, ne? Hätte ich das mal im Off-Part rausgesucht, dann hätte ich euch das gleich zeigen können. Oh, voll peinlich, ey. Naja, aber eigentlich auch nicht peinlich, ne? Woher soll man das wissen? Woher soll man das wissen, wenn man es nicht weiß? Das klang jetzt irgendwie komisch. So, wo sind wir denn? Wie sind euch hier bei der Hütte? Macht doch mal hier. Teammitglied hat eine Quest abgeschlossen. Ho, neuerdings liebe ich es ja, im Team zu sein. Ne, sowas im Bild. Hier ist der, ist der, ist der, ist der böse? Ne. Tatoos! Hier, ich brauche mal, ich brauche mal, oh geil, landwirtschaftliches Zubehör, Lewis and Sun. Ja, ja, Hallöchen, ich brauche hier Mais. Mais und, äh, Klingkorn. Klingkorn, wo gibt es hier Klingkorn? Gibt es hier Klingkorn? Boah, ist das hier dunkel, ey. Gibt es hier noch mehr Mais? Das war es schon, ne? Hier haben wir noch einen. Und der hier ist nett. Oh, guck mal hier, Badger. Süß. Richtig niedlich. So. Ist hier irgendwas versteckt? Okay, das ist die Pflanze, die dahinter wächst. Einfach mal so durch die Hütte durch. Fies. Hahaha. Irgendwie ja lustig, aber irgendwie auch fies. Kann er sich gar nicht gemütlich hinlegen. Wenn der Wind weht, dann krault ihm das den Hintern. Ne? Was ist hier denn schon wieder? Ipfui. Boah, die nerven auch voll, ey. Gut, dass ich die anvisieren kann. Oder auch nicht. Hahaha. Vor allem voll die Haufen, ey. Ii, und ich nehme das auch noch mit, ey. Boah. Klar, einmal schön reingreifen. Wie in Jurassic Park. Pfui. Gut, jetzt wollen wir noch die anderen Sachen hier aufdecken. Man hätte da jetzt natürlich auch gucken können, ne? Was gibt es da und so. Aber ich wollte ja mit euch... Oh, Abenteuer auf dem Ohrheim. Oha. Das ist aber was Böses, ne? Übel. Richtig böse. Wollen wir uns das lieber das nächste Mal angucken? Ja, ich glaube, das gucken wir uns zusammen das nächste Mal an. Ich geh noch mal zurück zu Badger. Badger! Seid ihr bestimmt schon total, total aufgeregt gewesen. Oh, was gibt's da? Was gibt's da? Ja, endlich wieder ganz viele Kämpfe und so. Ja, gibt's das nächste Mal. Dann gucken wir uns jetzt doch hier noch um bei dem neuen Ort. Vielleicht gibt's da noch irgendeine Holoband und eine neue Quest oder sowas. Das wäre natürlich auch noch geil. Einfach hier vorbeilaufen, das geht ja auch nicht. Ja, irgendwas muss es ja hier auch geben. So, was gibt's hier? Schießpulver, das ist schon mal gut. Oh, was gibt's hier? Hier gibt's Mais. Mais für meine Bierbrauen. Und noch mehr Tartros. Eine nur. Oh, sehr enttäuschend. Was gibt's hier? Kürbis. Flaschenkürbis. Dann gibt's hier noch Instapüree. Das ist auch cool. Labor. Ja, nee, Labor brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das ist leer. Hier muss es doch irgendwas geben. Also auch so ein bisschen Pflanzen und so. Was ist das? Oh ja, abgekocht ist auch sehr gut. Was gibt's hier unten? Red Away, Red Away und noch mehr Wasser. Da ist wahrscheinlich nur Geld drin. Nee, da ist gar nichts drin. Dann müssen wir mal schauen bei den Häusern hier, bei den kleinen Stellen, ob da noch irgendwas ist. Nö, das sieht nicht so aus. Ja, schade, sehr enttäuschend. Ich dachte, jetzt ist hier noch irgendwie was ganz Tolles. Aber anscheinend ja nicht. Da brauchen wir alles nicht. Oh, was ist das? Ach so, Rattengift. Ja, das braucht man hier auch. Aber ich nicht. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Das brauchen wir nicht. So, aber hier muss jetzt irgendwas sein. Oh, was hier ist hier. Salz und Pfeffer brauchen wir auf jeden Fall. Hier, da können wir aufmachen. Team Leiter. Ach so, nee, hier, Solo betreten. Haus der, äh, der Sons? Oder was stand da jetzt? Das habe ich mir aufgepasst. Boah, was geht hier denn ab? Party! Party Time! Da kriegen wir ja definitiv eine Quest, oder? Erstmal gucken, gibt's hier irgendwas Schönes zu looten? Hier unaufhaltsamen, die Mehrspiele gibt's anscheinend hier nicht. Das ist schon enttäuschend. So, aber Plastik nehmen wir mit. Bierflasche? Nö, da ist nix drin. So, Carol Putnam. Was? Was ist denn das für ein Ort? Mann, du bist aber empfindlich, genau. Ich will keinen Ärger, genau. Wann nur Neugierig, das passt zu mir. Bitte? Erzähl mir erst mal, was das für ein Ort ist. Das ist unsere Farm. Zumindest das, was wir bisher eingerichtet haben. Geht dich aber nichts an. Nee, vielleicht geht mir ich ja was an, wie lang du hier schon lebst. Lang genug, um das hier gegen Fremde zu verteidigen, die sich nehmen wollen, was nicht ihnen gehört. Kapiert? Kapiert. Entschuldigung, die Störung. Lass das nicht nochmal passieren. Nee, und was ist, wenn ich hier nochmal reinkomme? Dann erzählt die den gleichen Quatsch. So, und Marty, was hast du denn zu erzählen? Marty erzählt gar nichts. Marty ist wieder mal nur der Sidekick. Wie in allen anderen Filmen und Spielen auch. So, was haben wir hier? Zucker. Zucker ist gut. Ich nehme noch deinen Zucker mit, ne? Und den Sirum nehme ich auch noch mit. Lass den nehmen wir auch noch mit. Erstmal voll ausräumen, weil die so unhöflich war. Den Natella. Nee, das brauchen wir nicht. Aber hier das. Das Wasser nehmen wir noch mit. Was ist hier drin? Nee, das könnt ihr behalten. Achso, haben wir was zum Verwerten? Das ist natürlich schön. Ja, den hier. Und das hier. Und das hier auch noch. Und, äh... Nee, Moment. Das nicht alles. Das und das und das. Und Plastik auf jeden Fall. Das andere, das können wir noch schön verkaufen. Achso, das Vorkriegsgeld. Ja, das könnt ihr hier haben. Das brauchen wir nicht. So, wo ist es? Halt, Moment. Ja, das hier könnt ihr auch haben. Und das auch. Äh, nein, nein, nein. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Halt, halt, halt. Den will ich wieder haben. Den will ich wieder haben. Danke sehr. Den brauche ich doch. So mehr ist hier nicht. Ja, wirklich enttäuschend. So, halt, Moment. Hier war noch... Hier, hier. Colin. Colin. Hör mal... Hör mal auf, da rumzuzabbeln. Versucht er zu tanzen? Oh, hier ist noch Kuchen. Lecker, danke. Der sagt auch nix. Und George? Wenn du irgendwas willst, hier am besten zu meiner Frau Carol. Sie hat hier das Sagen. Die... Ja, die... Die redet ja nicht mit mir. Beziehungsweise nur sehr unhöflich. Ich soll gehen und so. Fehlt wahrscheinlich irgendwie eine Vorquest wahr. So, gibt's hier irgendwas? Nur Bier, ey. Lass mich mal hier... Ah, fast runtergefallen. Ah, ein Daddy. Wie süß. Ranger-Auffit. Schere. Ne, hier ist ja sonst gar nix. Ich will ne neue Quest. Gib mir mal ne Quest. Guck, ich quatsch ihn mal nochmal an. Äh, geh weg. Vorsicht! Wer uneingeladen irgendwelche Häuser betritt, kann sich schnell mal verletzen. Ja, tut mir leid, dann hau ich schon ab. Ne, die, 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 die gibt mir nix. Die gibt mir gar nix. Die gibt mir höchstes Haue. Ist ja fies, ey. Ich möchte so gerne eine Quest. Eine neue Quest. Ich hab bald keine mehr. Hahaha. Ich hab bald keine Quests mehr. Ganze Questblock ist voll. Schon längst wieder neue gekriegt, ey. Und ich such hier verzweifelt nach neuen. Ha, geil. Vielleicht ist hier ja noch irgendwas versteckt. Oh, schön aufs Dach steigen. Ne. Ich dachte, das müsstet ihr mal neu machen. Sieht nicht gut aus. Ist hier vielleicht irgendwas drauf? Wo habt ihr das hergeklaut? Das sieht nicht so aus, als wäre das alles von euch. Echt? Jetzt komm ich hier nicht mehr runter, weil ich so frech bin. Ist hier noch irgendwas rum? Ne. Kann man auch nicht einsammeln als Dünger? Fies. Richtig fies. Ja, was machen wir denn dann? Hier. Wir gucken uns Dodger an, weil der so süß ist. Ne, Badger. Badger! Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!